Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister und heute haben wir eine große Gelegenheit, einen Aaron mit 21 Jahren zu probieren. Das ist das erste Release eines 21-Jährigen von der neu gegründeten Bretterei. Nein, die ist jetzt schon 23 Jahre gegründet. Die wurde 1995 auf der gleichnamigen Insel Aaron gegründet. Man hat anfangs ordentlich Fässer zur Seite gelegt. Allerdings waren wohl die ersten Jahre mit den Fässern ein bisschen schwach. Man hatte gerade das Geld für die Brennerei zusammen und wohl noch nicht für so wirklich gute Fässer. Aber das änderte sich dann nach den ersten Jahren und jetzt ist dieser 21-Jährige nicht mehr aus den ersten Jahren, sondern schon ein bisschen hin. Also jetzt schreiben wir 2019 erschienen ist, glaube ich, dieser 21-Jährige zum Jahreswechsel. Das hat er 2018 abgefüllt, also 23 Jahre seit der Gründung, 21 Jahre alt. Toll! Man hat hier für diese Flasche sowohl Ex-Bourbon-Fässer als auch Sherry-Fässer verwendet und hat sie hier etwas aufwendigeren Verpackung zusammengefasst. Ja, die Flasche liegt bei 118,50 jetzt im Moment und das ist das erste Release, das limitiert ist auf 9000 Flaschen. Immerhin, man hat hier aus diesen Fässern, also eine gehörige Portion an Fässern zusammenbekommen, um das, ja, das erste Release auch in einer Auflage zu bringen, was die Leute auch kaufen können. 46 Volumenprozent Alkohol, unabhängig, unabhängige Besitzer, unabhängige Einstellungen, Minded steht da hinten drauf. Jetzt habe ich die Flasche, das soll man ja nicht machen, vor den Greenscreen gestellt und hat eine ganz hässliche grüne Farbe bekommen. Dann gibt es jetzt hier diesen weißen Aufsteller da hinten vor und dann sieht man hier das relativ schön. Jetzt stellen wir das dahin. Was sieht man sonst noch drauf? Nicht kühl gefiltert. Ja, Aaron ist also eine Brennerei, die sowohl rauchigen als auch nicht rauchigen Whisky herstellt. Rauchigen Whisky in geringerer Zahl und in den normalen, anfangs gar nicht, sodass dieser Whisky hier null an Rauch enthalten wird. Es gibt jetzt vom selben Eigentümer eine zweite Brennerei, die gegründet wurde, und zwar die Loch Ransa Brennerei, wo hier Aaron hergestellt ist. Die ist ganz im Norden der Insel und die neue Brennerei, die gerade, glaube ich, in Betrieb gegangen ist, aber noch keinen fertigen Whisky zum Abfüllen hat, weil sie halt jetzt erst 2018, meine ich, in Betrieb gegangen ist. Die stellt dann wohl anschließend nur rauchigen Whisky her und die ist dann an der Südspitze der Insel. Die Flasche hier ist jetzt verklebt, weil die geleckt hat und da haben wir sie extra verklebt, ist aber noch original verschlossen und damit habe ich hier die Chance, den zu probieren. Was ich sonst nicht gemacht hätte, weil die Anzahl an Flaschen ist noch sehr begrenzt und ja, ist also nicht der Korken, der kaputt war, sondern, weshalb hat die geleckt? Der ging relativ leicht raus, also leicht auch. Ah, da hat er einen Riss an der Seite, den ganz schlichten Riss, wo es rausläuft. Aaron ist eine Brennerei mit vergleichsweise kleinen Brennblasen, mit vergleichsweise intensiven Malt-Whisky, der da rauskommt. Und mit 21 Jahren hat er jetzt auch Komplexität aus dem Fass aufgesammelt und man riecht schon in der Luft, dass da so viel drin ist. Und die 46 Volumenprozente, die Nicht-Kühlfilterung, die sorgen schon dafür, dass hier mehr Volumen kommt. Leichte Süße, auf jeden Fall dunkle Schokolade, intensive Würze. Ein Hauch Zitrusfrucht im Hintergrund, was üblich für Aaron ist. Ja, ist komplex, ist intensiv. 21 Jahre, da hat sich eine Menge vom Fass im Whisky abgebildet. Ja, freue mich drauf. Hm, hm. Ho, anders als gedacht. Da ist also einmal fruchtig-ölig, leichte süße Note und dann geht es rüber in die Grapefruit, in eine zarte Bitterkeit, eine Schärfe von Ingwer. Und dann im Abgang, ja, getrocknete Früchte, kandierte Früchte, Datteln, Pflaumen, Weigen, all das, was aus alten Sherry-Fässern so rauskommt. Und, ja, Grapefruit-Orange, Orangenschale. Boah, lang, ordentliche Würze drin. Boah, und eine ganz leichte Nussigkeit. Das ist aber zu erwarten, wenn man es mit Sherry-Fässern, mit Oloroso-Sherry-Fässern zu tun hat, was ich hier jetzt annehme. Denn für einen Peter Jimenez ist er nicht süß genug. Für einen eher einen Finon, einen nicht oxidierten, ist er zu dunkel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Oloroso-Sherry ist, ist vergleichsweise hoch. Jetzt kommt ein bisschen Vanille hinterher, ferne, fernes Karamell. Voll, kräftig, intensiv, sehr komplex, angenehm. 21 Jahre, da kriegt man richtig das Aroma voll im Mund und es bleibt auch stehen. Ganz, ganz toll gemacht. Wahrscheinlich gut, dass man das in den ersten zwei Jahren hier, diesen 21-Jährigen, dann nicht ausgemischt hat oder ausgereift hat. Oder dann zumindest mal die Sherry-Fässer, die man in den ersten Jahren wohl nicht so befüllt hat, dann aus späteren Jahren wieder zugenommen hat. Vielleicht hat man hier ein paar schwächere Fässer unten drunter gelegt. Weil, ja, die Eiche, die Würzigkeit könnte, wenn es 100% Sherry wäre, noch intensiver sein. Ist es aber nicht so, dass wir hier diese Ex-Bourbon-Fässer tatsächlich feststellen können. Ja, wie gesagt, limitiert, anfangs jetzt noch vergleichsweise knapp, wie viel von diesen 9000 Flaschen es nach Deutschland und zu uns schaffen, sehr schwer zu sagen. Wir werden es sehen und in ein paar Jahren wird der 21-Jährige absolut üblich bei Aaron sein, denn das ist eine Brennerei, die auf länger gereifte Whiskys Wert legt. Und sie haben so schön konstant vom 14-Jährigen, 16-Jährigen, 18-Jährigen und jetzt 21-Jährigen das Alter permanent nach oben getrieben. Das heißt, da sind Lagerbestände da für die Kunden da. Ganz toll. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.